Wir Juristen sind ja dafür bekannt, dass wir alles kategorisieren. Da gibt es das Recht, dann gibt es das Wirtschaftsrecht, beim Wirtschaftsrecht gibt es das Ordnungsrecht und das Lenkungsrecht. Und genau mit diesem Lenkungsrecht, dem Wirtschaftslenkungsrecht, wollen wir uns in dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht aus Anlass einer EuGH-Entscheidung zum Emissionshandel näher beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander, ich bin Rechtsanwalt bei der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Das Emissionshandelssystem ist eine europäische Erfindung. Auf EU-Ebene gibt es die Emissionshandelsrichtlinie. In der österreichischen Umsetzung finden wir das Emissionszertifikategesetz vor. Ganz stark vereinfacht ist das System dahinter folgendes. Emissionshandelsunterliegende Unternehmen erhalten eine bestimmte Anzahl an CO2-Zertifikaten, wenn man so möchte, Verschmutzungsrechte zugeteilt. Für jede in die Atmosphäre emittierte Tonne an CO2 ist am Jahresende ein solches Zertifikat abzugeben. Geht sich das mit den zugeteilten Zertifikaten aus, dann ist es für das betroffene Unternehmen gut. Geht es sich nicht aus, wird mehr CO2 in die Atmosphäre emittiert, als Zertifikate zur Verfügung sind, dann kann dieses betroffene Unternehmen entweder Zertifikate am Markt zukaufen, um seiner Abgabeverpflichtung nachzukommen, oder aber Maßnahmen zur CO2-Reduktion setzen. Und mit genau solchen Maßnahmen zur CO2-Reduktion hat sich jüngst der Europäische Gerichtshof auseinanderzusetzen gehabt, nämlich in der Rechtssache Schäferkalk. Dort war der Betreiber eines Kalkwerkes so kreativ und hat das CO2 quasi am Schornstein abgeschieden und gefasst und in einer benachbarte Anlage, wo es zur Herstellung von künstlichem Calciumcarbonat verwendet wurde, weitergeleitet. Das CO2 hat die Atmosphäre nie gesehen. Die Atmosphäre hat dieses CO2 nie gesehen. Es war fest in das Produkt Calciumcarbonat eingebunden. Dieses Unternehmen wollte dann logischerweise für das eben solcher Art nicht in die Atmosphäre abgegebene CO2 auch keine CO2-Zertifikate am Jahresende abgeben. Die Kommission hat versucht, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben und in einer Verordnung vorgesehen, dass eben eine solche CO2-Abscheidung nicht dazu führt, keine CO2-Zertifikate abgeben zu müssen. Und genau damit ist der Europäische Gerichtshofgelinde gesprochen, Schlitten gefahren. Er hat einerseits festgestellt, dass die Europäische Kommission im Verordnungsweg genau diesen Riegel nicht vorschieben darf. Und andererseits gesagt, natürlich entspricht es der wirtschaftlichen Logik eines solchen Anreizsystemes, dass die Unternehmen von sich aus darauf kommen, solche Maßnahmen zu setzen. Und sie sollen dann auch in den Benefit kommen, dass sie eben sich hier CO2-Zertifikate ersparen, diese dann beispielsweise für andere Anlagen verwenden können oder aber am Markt auch verkaufen können. Und das ist das, was wir Juristen unter Lenkungsrecht verstehen. Es wird ein Anreizsystem geschaffen, wo ohne große Gebote und Verbote die Rechtsunterworfenen aus eigenem dazu angehalten sind, innovativ zu bleiben, wie dieses schöne Beispiel zeigt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!